Darf ich eine haben? Ja. Haben Sie Ihren Vater denn überhaupt nicht geliebt? Doch. Ganz los. Wer trägt eigentlich die Schuld an, dem was geschah? Mein Vater? Oder meine Mutter? Es sollte meine eigene Schuld sein? Ich habe nichts Eigenes. Ich habe keinen Gedanken, den ich nicht vor meinem Vater, keine Passion, die ich nicht vor meiner Mutter hätte. Und vor meinem Verlobten habe ich dieses Märchen von der Gleichheit aller Menschen. Das ist ein Arschloch. Und die Schuld auf Jesus abwälzen. Tut mir leid, also bin ich so stolz. Die Maschine, ich habe sie gebucht. Wenn ich eine andere Chartergesellschaft gewählt hätte, dann... Es ist nicht deine Schuld, okay? Herr Dr. Schwarz. Steinkamp-Schwarz. Herr Dr. Steinkamp-Schwarz. Ich habe jetzt dreimal bei Frau Landmann-Schulz im Büro angerufen und dreimal hat mir ihre Assistentin gesagt, dass sie sich bei Ihnen melden wird, sobald es wieder im Büro ist. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht für Sie tun. Der Hungry Teenage Bullshark attacks! это tats! das ist... das ist... das ist die Sache! Aliens. Wie kommt ihr eigentlich efterrall? Er ist diese Geschichte im Frisch Psalmen. Die Kanadene sind in Зап Koalig erfolgreich. Untertitelung des ZDF, 2020